So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zone of Seanders, diesmal Folge 14. Und ich hoffe, wir schaffen jetzt hier irgendwas zu erreichen. Genau. Oh. War immer noch zu weit weg. So, die war immer noch mal ein Gier. Mist. Na, sieht nicht gar nicht so schlecht aus. Also ich hab hier echt, echt Trägen geübt. Hässer haben wir schon. Ich hab an der Krision gemerkt. Das hat manchmal zum Erfolg geführt. Ja, wir können ja auch nicht sein. Jawohl. Lauf, komm, noch ein bisschen. Na, das schaffen wir nicht mehr. Ja, bleib schön hier. War Mist. Ja, wir haben's geschafft. Gott. Aber wie oft ich dafür geübt hab, das wollt ihr gar nicht wissen. Moment. Ähm, Moment. Nicht jod. Ich hab's die ganze Zeit doppelt Song gehört. Tut mir leid. Der Fenster holt wohl noch an. Warum auch immer der an ist, wenn man Hupfer reinsteckt. Der Fenster ist komisch. Der Fenster holt. Ja, sicher. Ken, Leo, bist du all right? Ja. Ken, Ken! Dingo. Ich habe Anubis verletzt. Are you hurt? Everywhere. I'll ask for aid. I have some wounded. Can you pick them up? I'll send a ship immediately. Dingo, I think that's your name. I have to let you know this. Know what? That frame, Jehuti, is programmed to blow up at the core of Aumon. Leo already told me about that. The programmer is one of us. One of our comrades named Alan. He added the program to the ADA system. Why? Just in case. For fear that Bahram might capture Jehuti. If they take Jehuti into Aumon, Jehuti will blow itself up. We expected that the energy could interrupt Aumon's startup process. That's sneaky. But we thought of it as a last resort. If we could, we'd rather get Jehuti back. Why did you abandon it on Callisto? It was Leo who hid Jehuti in Callisto. If Bahram captures Jehuti, Jehuti would blow itself up in Aumon. He hid Jehuti and tried to stop Aumon by himself. I see. So you mean Jehuti doesn't need to blow up anymore. If so, remove it now. It's impossible. Just in case Bahram tried to remove it, we added it to the nucleus of the system. There must be another way to stop Aumon. We don't need to blow up Jehuti. In case of need, ADA will start up the explosion system automatically. It's programmed to do so. That's nonsense. If Aumon... Wait. Oh, it's Ministry of Adina is up to 30's. It's the end for you, No Use. Same for Bahram. It's starting now, Dingo! Verdammt! Hey, Anubis wurde aufgelastet. Der reale Kraft von Aumon ist nicht, um die Erde zu verabschieden. Was? Der reale Kraft ist von Energiekonstrickung. Es macht die beste Benutzung von Metatron. Sprechung der Raum. Diese Energie wird aufgelastet sein System. Das ist wirklich? Bitte. Stop es jetzt. Die Menschen auf der Erde immer machen, was es für sie ist. Bitte. Dann versichst mir. Wenn ich das nicht, die Erde nicht mehr mit Mars wiederum. Ever. Wir haben unsere eigene Freiheit. Was? Freiheit, Mars. Ich verstehe. Ich werde es definitiv machen. Ich werde es nicht mehr tun. Ich werde es nicht mehr tun. Ich werde es nicht mehr tun. Wenn sie es nicht verstehen, dann werde ich sie mit ihnen schützen. Ich versichere. Ich glaube. Ich werde es nicht mehr tun. Ich werde es nicht mehr tun. Wenn ich sterbe, dann bitte wiederum. Du wirst mich wiederum. Du wirst nicht sterben. Warte auf dem Land. Ich werde es nicht mehr tun. so dann mal sehen damit ein guter Naked-Hoodie Wir sehen uns bald bald. Stopp, da bin ich wieder, sorry. Ich bin noch etwas, erklärt wie man das. Ich hab's halt nicht gut und schützt sich beim Aufhängen, kommt so hin und ist der Anfang. Ich hab' das Video Schuss, wenn ich dann vielleicht extrem einfach, ich hab' nur Video Schuss. Ich hab' das Video Schuss. Ich hab' das Video Schuss. Und da kommt noch mein nächstes Klo. Ich hab' das Video Schuss. Irgendwo ist noch einer. Das Problem ist, die kommt echt unendlich jetzt da raus. Aber, man muss eine Schuss an zwei Töten, dann kriegt man so. Nein, nicht. Ich weiß nicht mehr wie hoch die Anzahl war. Ich hab' keine Ahnung. Ich hab' das Video Schuss. So kann man's auch machen. Ich hab' die Frage, wo war jetzt das Geheimnis? Nerv' nicht. Du auch nicht. Ich hab' das Video Schuss. Vor allem, wir kriegen jedes Mal die Metatron, wenn wir die töten. Oh, da sieht man mal wie mächtig wir jetzt sind. Mit einem Schuss töten können. Da müssen wir rein. Ich könnte das Geheimnis noch einsammeln. Ich weiß auch nicht mehr, wo das war. Wenn ich jetzt mal kurz Ruhe hätte, um das zu suchen. Was ist da was? Ich hab'n anderes, das müssen wir alles rein. Na. Wir machen das. Da, rein nach. Ada. Auman chose me by fusing Anubis. Auman can become real. Look, the perfect fusion of Metatron. The destruction will end all. Uh-oh. Ready, go! Auman. That was not good. You wretch! They're dying! Na ja, hier ist das alte Spiel. Dieser Faber ist noch mächtig. Aber irgendwie geht es nicht schlecht auch so. Irgendwas war's. Nein. Ach, er heilt sich. Mist. Ich hätte es noch verstören müssen. Na ja, mein Fehler. Da ist er. Ja, ich habe das letzte Spiel. Ja, auf dich zu heilen, du Sau. Oh no, wird hier noch. Doch nicht schön wieder. Los, los, los. Ja, auf dich zu heilen, du Sau. Ja, auf dich zu heilen, du Sau. Ja, auf dich zu heilen, du Sau. Was ist denn los jetzt? Mist, jetzt zum Schluss da auch was war fertig oder was? Ja, auf dich zu heilen. 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 Jetzt haben wir die Ehre ihn zu töten. Ja, auf dich zu heilen. 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 Ja. By blowing up Jehuty, the reactor will lose control. The resonance of energy will cancel each other out. No, Ada! It is my duty. Switching mode, I am ready to blow up Jehuty to complete 200. No! Leo! Ah! The light is constricting. It's too late. Impossible. 190 remaining. Don't give up! Ada, radiate Jehuty's energy and strike it against the core of Aumon. That's not enough. If it doesn't work, do whatever you please. 180 remaining. But, don't just wait to die. 170 remaining. 160 remaining. 160 remaining. 150 remaining. 150 remaining. 150 remaining. 60 minute. 60 minute. Motivation. 60 которой. 50 minutes. 80 minutes. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Tja, und damit Ended Zone of the Ender is the second runner Ah, ich liebe dieses Spiel Auch wenn ich mich zwischendurch kurz aufgeregt habe, aber ich liebe es Und damit hoffe ich, euch hat es auch so viel Spaß gemacht in mir Wir gucken uns jetzt noch die Endcredits an Und ich sage schon mal, tschüss, bis zum nächsten Spiel Bis denne, tschau Musik 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 Musik